Warum schon wieder? Warum frage ich das überhaupt noch? Warum schon wieder? Tup, 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 interessant. Also ja, ich muss wirklich hauptsächlich nach den Quarri-Arbeitern gucken. Und aber hoffen, dass jetzt bald mal der Glimpse-Stone despawnt. Ja, genau, danke. Okay. So. 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 Okay. Ja. So, wie es aussieht, plauen sie gerade Rosalind und die ganze Zeit die Steine. So. Na gut, nicht mehr lange und wir können die zum, äh, zum, zum, äh, zum Bildbefehl umziehen. Switchen? Welcher ist denn das eigentlich? Ah, der erste. Und wieder ist hier eine Riesensauerei. Okay. Pistio, geh mal einsacken. Gut. Gut. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also erstmal gucken, wenn alle Steine verbaut sind Dass wir sie wieder in den Quarry schicken Oder wenn halt dieses Lager leer ist Wobei wahrscheinlich eher, wenn alle Steine verbaut sind Ich meine, das sind jetzt noch 5, 6 Fuhren ungefähr Pro Brick-Torn So, dann machen wir hier mal wieder weiter Und lassen sie arbeiten So, dann machen wir hier mal wieder So, dann machen wir hier mal wieder So, dann machen wir hier mal wieder Sehr gut, wir haben noch Also wir haben schon mehr als die Hälfte von der Bahn Ich bin zuversichtlich, aber ich glaube nicht, dass die Zeit reichen wird Also die Aufnahmesession reichen wird, um das vollständig aufzufüllen Auf jeden Fall werden es immer weniger Ja, die einen füllen auf, die anderen Ziegel Wir haben ja auch noch nachher die Ziegel aus der Treppe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Die dann auch nochmal verbaut werden können, sobald wir Sie nicht mehr brauchen die Treppe 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 7, 9 6, 7, 9, 10 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.